Ähm, lauf mal so rum. Einfach mal, um das mal so anzugucken. Um den See mein ich. Ach was, hier haben sie ein kleines Coca-Feld gepflanzt. Das ist übrigens kein Vorteil, wenn sie nicht auf dem Wasser spawnen, dann spawnen sie einen Bergfred. Oder auf dem Bergfred. Ja, das ist also eher ein Nachteil. Okay. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Und da oben ist euer Feld oder was? Auf dieser kleinen anderen Insel da, ne? Nee, das ist... Von einem Mitspieler. Er hat sich da nochmal... Wird der gebaut auch bei euch in der Nähe, oder? Ja, die Insel halt. Wir bauen zusammen so ein bisschen, aber eigentlich bauen Thomas und ich alleine. Wer ist das? Kusa oder wer? Ach so, Maverick. Ja, ich bin jetzt hier an deiner... Oh, ich bin auch soweit. Hab das hier Eingang? Ach doch, das soll wohl der Eingang sehen. Wo seid ihr? Krass, ey. Hammer. Ah, da, ja. Ich laufe jetzt gerade auf deine Burg zu. Ich geh mal... Darf ich mal den Turm hochlaufen hier? Jaja, guck ruhig. Ey, cool, Mann. Aber macht ihr die Treppe noch anders, oder? Wo? Im Turm hier? Nee, geht wahrscheinlich nicht. Ist halt... Begrenzt, ne? Nein, ihr habt ja nur Wood Trams genommen. Also ich mein noch auskleiden. Wo? Hier. Ich weiß gerade nicht. Ach so, drin in dem Häuschen meinst du? Ja, ja, ja. In einem kleinen Burgton da, oder was das da ist. Hier mein... Ja, das kommt noch nicht. Ist noch nicht fertig. Hier ist noch... Hier ist die derzeitige... Das... Ey, das gefällt mir echt extrem gut. Wollt ihr nicht so'n... Geil. Ja. Habt ihr nicht Interesse vielleicht für uns auch einen Burgkrieg zu bauen? Wir bauen die Burgmauern... Nein, echt, das gefällt mir richtig gut. Also das sieht echt Hammer aus. Echt Hammer. Auch von der Seite so... Wollt ihr was nochmal von der Seite filmen? Und das da hinten ist der Turm von Mordor, oder wie der heißt? Hammer, ey. Ja, das ist so'n Außenposten, halt so'n Außenwachtturm, ne? Richtig geil. Ja, ich muss hier nochmal hinlaufen. Ob man das nochmal so schön von der Seite sieht. Richtig geil. Aber warte, ich komm mal wieder zurück. Wo ist der Micha? Wo dreht man sich rum? Ähm... Ich bin grad, ähm... Gerade in deinen Turm reingelaufen, ja. Ist der von Thomas, von quasi Moto. Achso. Wollen wir dann hier schon mal Rundgang machen? Wollt ihr hier aufnehmen? Ja, komm mal mit, komm mal. Hier kommst du auch. Also hier ist unser Gefängnis, ne? Hier unten, wenn man mitkommt. Da kommen die bösen Jungs. Ähm... Holst du mich ja auch ab? Wo trefft man uns? Am Haupteingang. Dann warten wir noch auf den... Micha... Ich kann dich, äh... Wo ist ich hin? Auf die andere, ja. Auf die andere Seite. Wollt, du kannst auch zu mir... Äh, hinter mir her. Ach, ok. Wollt. Hier drüben. Da. Wo ist... Ja, ich komm. Hilfe, lasst mich raus, lasst mich raus. Ich bin im Knast. Äh, gefällt mir echt richtig gut. Also, Hammer. Hut ab. Ich fahre auch so mit diesen alten Steinen. Kreative Teil ist aber hier der Thomas, ne? Also das ist der, der hier, der kreative Denker hier ist in der Runde. Bei uns. Ok, dann Hut ab vor Thomas. Ja. Ich führe immer die Befehle aus. Da geht es nicht rein. Wo soll ich lang? Hier, guck mal. Also, Dings für Micha erstmal nochmal. Kann auch nochmal gucken, unser Gefängnis hier unten. Ne, für die... Oh, ein kleines... ...lösen Jungs. Ah, ja, ok. Ich spiel mal das Opfer. Lasst mich raus. Ich hab nichts verbrochen. Martin war's. Kamikaze war's. Er hat mich angestiftet. So, komm, wir gehen Micha. Tür ist zu. Er kommt nicht rein. Ich raus. Guten Tag, junge Frau. Ich hab den Hammer parat gehabt. Wie geht's dann hoch, ne? Also... Hier ist dann so der, ähm, kommt später der Beschlafbereich und alles hin von den Wachen. Der Aufenthaltsbereich. Weil hier ist nämlich das, das, das Tor. Das, äh... Das, äh... Das, äh... Das geht dann ein bisschen simuliert, das. Cool. Altor. Geil. Wenn denn die Feinde kommen, dass sie nicht hochgehen, ne? Ja. Du gehst da hoch? Hier ist nochmal so ein bisschen Turm, so kann man nochmal gucken. So ein bisschen... Ja. Ah, geil. Schau nochmal schön in den Berg wieder. Richtig cool. Schau mal. Schau mal von oben. Gucken. Nice. Hammer! Echt? Thomas, zeigen wir das andere auch? Ne, ne? Welches andere denn? Weiß, weiß, was ich mein. Denk dran, ich nehme auf, ne? Ja. Nicht, dass die da was Falsches sagt, oder was Falsches zeigt. Nein, die Farm ist geheim. Die Farm ist geheim, okay. Was hier lang oder wo lang? Ja, hier ist halt die Erweiterung der Mauer, ne? Dass du oben halt immer schön auf der Mauer laufen kannst. Dann gehen wir mal runter zum Bergfried. Zeigen wir dem mal. Geht's hier zurück. Gehen wir mal wieder runter. Achso. Geht's hier. Geht's jetzt rüber? Ist auch der, der Weg, der, der Verbindungsbrücke, ne? Zum Bergfried. Hier kann man sich ja auch verlaufen, ein bisschen so. Sieht krass aus, hab die richtig geil gemacht, ehrlich. Ich bin echt... Ist auch halt spartanisch eingerichtet, ne? Weil ist ja Burg aus dem Mittelalter so'n bisschen. Echt cool, ey. Nimm den Atombunker da runter. Ja, der kommt nämlich auch noch. Habt ihr auch Frame-Einbrüche? Ja, ein bisschen, ja. Ja, also ich hab 16 Trams und teilweise 15 Trams. Ja, das geht runter. Bei mir ist das normal hier. Ja. Hier kommt noch... Da sind wir noch nicht ganz fertig, hier oben. Wo seid ihr noch unten, ne? Nein! Achso, oh, ich dachte gerade, ich bin runtergefallen, ey. Wo seid ihr hin? Hier in der Küche. Achso. Da unten. Ja, da geht später hin. Da kommen wir noch hin in die Küche, da. Okay. Erstmal nach oben. Halt, erstmal Essraum angucken. Oh, geil gemacht. Achso, hier kann man rum. Also ich bin jetzt Treppen hoch, ne? Mhm. Hier kommt der Thron noch hin. Da wissen wir aber nicht genau wie. Da müssen wir nochmal das Gedanken machen. Okay. Oh, das sieht auch geil aus mit den großen Penzern und so. Ja. Der König. Schön einmal hier in den Rundlauf, ne. Damit man gucken kann. Aussicht genießen kann und alles. Achso. Geil. Richtig cool. Ja. Das habt ihr richtig geil. Nein! Nein! Das will ich gerade sagen. Man kann ja Leute runter schützen. Ja, warte. Ich hol dich mal wieder rein. Ich komm runter. Da sind Türen. Zwei Türen sind da. Aber die sind glaube ich zu. Ach da. Ne, da. Hier ist eine offen. Ja, okay. Gut. Ich glaube das hat uns Wasser gesprungen. Ja, genau. Hier. Bin hier wieder hoch. Rechts? Ach, die Leiter hier? Mhm. Ah, okay. Du musst hier den Geheimgang in der Abstellkammer. Das ist unser Geheimgang. Okay. Ja, da bin ich eben schon runter gefallen gewesen. Einmal. Toller Geheimgang. Ja, so geheim ist er jetzt nicht mehr. Dann gehst du hier wieder weiter hoch, ne? Was beträgt die monatliche Miete, wenn ich das anwesenden wollen würde? Unbezahlbar. Ach komm. Die dürft auch unseren... Ey, was machst du denn sie da? So, hier geht's auch. Geil gemacht. Echt? Auch immer so kleine Terrassen so zwischendurch, ne? Zum gucken so... So wach... Zum... Dass man halt immer schön... Zombies zum töten und so, ne? Ja. Kann man hier nämlich immer schön und die Aussicht genießen. Ja, ich geh lieber nicht so dicht dran, sonst soll ich gleich wieder runter. So. Geht's noch eine höher? Bist du schon wieder reingerannt? Ja. Ja. In die Treppe hoch. Hier. Okay. Hier ist nochmal so... Oh, die Tür ist ganz schön kaputt. Da drin ist so nochmal das Badezimmer und Ankleidezimmer. Vom König halt, ne? Okay. Hehehe. Hier ist ganz schön. Ah, hier ist das Locus. Ja. War richtig geil. Ankleidezimmer, cool man. Echt cool. Und da oben? Wo geht's da hin? Da ist der Abstellkammer. Deswegen ist extra die Leiter hier hinter, weil... Okay, die da speicheln wir jetzt. Ja, ist nix besonderes, nur leerer Raum da oben. Wegen der Aufnahmelänge vom Video mach ich jetzt. Ja. Ja. Geht's hier hoch? Ein paar Minuten bräuchtest du noch für den Keller. Ja. Erstmal hoch. Kann man... ins Wasser kann man noch springen? Ja. Musst aber gleich, ähm, hochschwimmen, ne? Da sind überall Stacheln drinne. Okay. Du hast die Terrasse über dein Treppenhaus vergessen. Hm. Naja, kann man auch von oben sehen. Ja, genau. Krass. Hier kann man...